Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blender Let's Model und ja, wo war ich jetzt gerade? Ich wollte heute nur mal ganz ganz kurz einfach nur mal einen kleinen Loot erzeugen, den wir hier irgendwo in einem Spiel möglicherweise gebrauchen können. Und dieser Loot ist einfach nur ein kleiner Kelch aus Gold oder ähnlichen. Dafür erzeugen wir erstmal einen Zylinder und da wir es in irgendeinem Spiel verwenden wollen, wollen wir das relativ Low Poly halt halten und jetzt bauen wir einfach mal den Kelch da draus. Dafür erstmal hier einen Cut, ganz einfach, ungefähr so hier, hier unten, ziehen wir runter, machen wir auch noch ein bisschen enger, setzen hier noch einen Cut, machen das hier zusammen, schieben das hier runter, machen hier noch einen Cut, schieben das hier zusammen, ziehen das Stück runter, machen das hier ein Stück weiter auseinander, so, E, S, E, S, ein Stück runterziehen, nochmal E, dort einfach runter. So, jetzt legen wir hier noch zwei Cuts drüber, machen das Ganze etwas geweiteter hier, erzeugen hier unten noch einen Cut, machen das hier auch nochmal ein bisschen enger und erzeugen hier nochmal einen Cut und flachen das hier etwas ab. Als nächstes, da es ein Kelch ist, ist der Griff nicht so lang wie bei einem Weinglas, deswegen ziehen wir das hier, wenn wir es endlich selektieren, ein Stück höher, damit das nicht ganz so lang ist, so, ziehen das hier vielleicht nochmal ein Stück runter und nehmen wir jetzt hier nochmal alles, da wir das etwas zu groß gestaltet haben und flachen das hier einfach mal ein bisschen ab und ziehen es hier ein Stück runter. Das war schon wieder zu viel. So ist besser. Und, äh, wie man sieht, so nach und nach entsteht ein Kelch. Jetzt nehmen wir hier noch die unterste Seite und machen hier nochmal, extruden das etwas, ziehen das hier ran und damit haben wir auch hier eine relativ gute Kante. Ziehen das hier nochmal ein Stück hoch, so. Und jetzt können wir ganz einfach das Ganze auf Smooth stellen. Dann machen wir den vielleicht noch ein bisschen tiefer, ziehen das hier noch ein Stück weiter runter, noch ein Stück, ziehen das hier zusammen, damit das so ein bisschen wie so eine ordentliche Schale aussieht. Und, ähm, jetzt erzeugen wir einfach ein neues Objekt. Dafür nehmen wir hier diese Isos 4, machen die Subdivisions auf 1. So, ist perfekt. Und, ähm, selektieren einfach mal hier das alles, drücken V. Und jetzt haben wir das hier so abgekapselt. Jetzt selektieren wir die restlichen Sachen hier. Und drücken X und Faces. Damit bleibt uns dann nur noch das hier. Und das habe ich auch so gewollt. Dann nehmen wir einfach mal hier ein F und da ein F. So. Und jetzt können wir das Ganze ein bisschen verkleinern. Drehen das ein bisschen. Erstmal sinnvoll. In der Z-Richtung. So, machen das ein Stück kleiner. Ziehen das hier nach oben. Drehen das in der X-Richtung um 90 Grad. Das, äh, ist ein bisschen doof positioniert. Denn das Ding hier ist, äh, nicht direkt im Objekt. Das, äh, dieser, äh, wie heißt das? Ach, verdammt, heute fällt mir auch gar nichts ein. Ähm, der Pivot-Punkt heißt das. Ähm, wir sagen einfach, dass wir diesen Punkt zum 3D-Cursor setzen. Den habe ich hier schon mal ordentlich platziert. Und damit haben wir die richtige Ecke. Jetzt können wir den auch ordentlich ausrichten. Er war schon recht gut ausgerichtet. Jetzt ist besser. Jetzt R und X. Drehen wir das noch ein Stück. Und jetzt können wir das hier sinnvoll an unserem Kelch platzieren. R und Y, damit das ein bisschen schräger dran ist. Und R und Z, um es an unseren Kelch anzupassen. So, R und Y. Das Gute ist, dadurch haben wir halt diese kristallartige Beschaffenheit hier. Das ist ganz praktisch. So, und, äh, wir machen erstmal eine sinnvolle Farbe für den Kelch. Da ist irgendwas Goldenes ganz gut. Das sieht ganz okay aus. Und dann jetzt hier irgendeinen roten Edelstein. Und den werden wir jetzt einfach noch vervielfältigen. Hier ein paar Mal an unserem Kelch dran machen. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit als ich habt, dann könnt ihr das vielleicht sogar ein bisschen schöner gestalten. Nicht so wie ich. Und hier. Nachstück rein. So. Das ist jetzt auch, wie gesagt, relativ low poly gehalten. Das muss nicht unbedingt wunderschön der Realität entsprechen. Das ist alles euch überlassen, wie ihr es gerne haben möchtet. Aber, wie gesagt, für Spiele macht es sich meistens besser, wenn man es low poly hält. So. Und so geht es nochmal weiter. RZ. Ein Stück rüber, ein Stück raus. Und im großen und ganzen habt ihr wahrscheinlich jetzt das Prinzip verstanden. Dann kann man natürlich noch die ganzen Zacken sinnvoll mit dem Objekt verbinden. Na, verdammt. Noch. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ach. Jetzt. Sektieren wir das. STG und J. Und schon ist das auch mit dem ganzen Objekt verbunden. Normalerweise macht man das hier ringsherum. Ich bin dafür gerade zu faul. Deswegen drehen wir das jetzt einfach so hier. Und schauen uns das einfach mal an. Wenn wir das Ganze gerendert haben. Und das vielleicht auch noch mit Ambient Occlusion, damit wir das sehen. Dann haben wir im Großen und Ganzen einfachen kleinen Kelch. Den können wir vielleicht auch noch ein bisschen anders gestalten. Je nachdem, wie ihr das gerne haben wollt. Können wir den auch ein bisschen bauchiger machen. Das ist, ja, wie gesagt, alles euch überlassen. Wir können das auch noch mal ganz kurz so rückgängig machen. So. Und dann können wir den einfach bauchiger gestalten. Indem wir einfach hier nochmal alles selektieren. Das nach oben ziehen. Ein bisschen so und dann so. Und schon ist der etwas bauchiger. Dafür sollte man natürlich auch die Edelsteine vielleicht noch mal selektieren. Und, keine Ahnung, ein Stück höher setzen. Das ist, je nachdem, wie ihr es haben möchtet. Ich finde es fast besser, wenn die hier ein bisschen weiter oben sind. Und das Problem ist, dass sie jetzt dafür natürlich nicht ausgerichtet sind. Deswegen lassen wir die einfach mal da unten. Verbinden das wieder mit dem Kelch. SDG und J. Gucken uns das nochmal an. In der Z-Richtung. Und schon haben wir einen etwas bauchigeren Kelch. Da passt ein bisschen mehr rein. Und natürlich Ambient Occlusion hat sich automatisch wieder ausgestellt. Und ja, so kann man das machen. Geht recht schnell. Und ich denke, das ist eigentlich alles, was ich dazu erklären kann. Schneller Loot. Schnell erzeugt. Und vielleicht könnt ihr das für irgendein Spiel verwenden, wo man halt irgendwelches Gold oder irgendwelche Schätze halt einsammeln muss. Und ja, das war es eigentlich, was ich erzählen wollte und zeigen wollte. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.